Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest schon unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Tipp geben zum besseren Ruf bzw. EP-Farmen. Und dazu bin ich heute vor Sturmwind, denn wir haben hier zwei Events, die aktuell sind. Einmal haben wir das Pilgerfreunde-Fest und zum anderen haben wir den 14. Geburtstag von WoW. Das geht jetzt beides Hand in Hand noch fast zwei Wochen, sprich, nee, nicht mehr ganz, Pilgerfreunde ist nur eine Woche, aber zumindest der 14. Geburtstag ist noch fast zwei Wochen. Und diese beiden Events bringen uns jeweils einen Buff, der wie gesagt den Ruf und auch die EP maßgeblich erhöht. Und ja, ich will euch mal zeigen, wie man die bekommt. Und das erste, was wir haben, ist hier den Pilgerfreunde-Buff. Ihr müsst nämlich einmal vor SW bzw. als Hortler ist es, denke ich mal, Ogrimma. Und dort müsst ihr von jedem Essen einmal essen und zwar fünf Stacks haben. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Wir müssen uns einfach an diese Tische hocken und dann quasi dieses Essen rein spachteln. Und tata, ich habe das nämlich schon ein bisschen vorbereitet. Es dauert ein bisschen, bis man sich einmal durchgeklickt hat, wenn man nicht freundliche Leute haben, die quasi ihm oder uns das Essen weiterreichen. Und wir haben jetzt hier einen Buff, der unseren Ruf gewinnt und die Erfahrung um 10% erhöht. Und zwar für eine Stunde. Ihr könnt hier immer wieder hergehen. Ihr könnt theoretisch auch sofort das wieder weiter refreshen. Wenn ihr aber sterbt, ist der Buff leider weg. Also wenn ihr Instanzen queuet, um zu leveln, dann bleibt ihr am besten hier stehen. Es bietet sich an, vorher hier diese Quest anzunehmen, die ich blöderweise jetzt nicht angenommen habe. Und zwar muss man von jedem Gericht fünf Personen verspeisen. Das ist genau die Geschichte, wo wir den Buff kriegen. Ich nehme das jetzt mal an. Wenn ich das nächste Mal mache, dann gibt es noch ein bisschen extra AP. Ja, das ist das eine. Und den anderen Buff, den ich euch jetzt noch zeigen wollte, den bekommen wir per Post zugeschickt. Das ist aber nicht alles, sondern ich will jetzt noch mal auf was anderes noch kurz eingehen. Und zwar, ihr seht hier, ich habe hier so einen Pet Battle Charm. Wir haben aber hier zwischendrin das Geschenk, das Jubiläumsgeschenk. Also das auf jeden Fall rausnehmen. Und wenn ihr das öffnet, dann haben wir hier die Timewalker Abzeichen drinnen. Die sind ganz nett, kann man gebrauchen. Und wir haben zusätzlich ein Quest-Item, was hier direkt aufploppt. Auf das werde ich auch gleich noch eingehen. Beziehungsweise unser Buff-Item. Denn wir haben hier das Feiertagspaket. Und das bringt uns noch mal 14% zusätzlichen Ruf und, ja, EP-Wachstum quasi. Und die beiden Buffs decken. Also ich habe das schon ein bisschen ausprobiert. Ist eine recht schicke Sache. Wir haben damit insgesamt 24% mehr EP und Ruf. Ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. So, jetzt gucken wir uns noch die Quest an, die wir hier einmal bekommen haben. Und dazu müssen wir jetzt zumindest als Allianzler hier nach SWE und, also hier in die Burg rein. Und als Hordler, das weiß ich zufällig, weil ich das mit meinem Horden-Mainchar gemacht habe. Halt, nein, hier muss ich nicht hin. Ich muss einmal nach Ogremar. Und zwar müssen wir die, ich glaube, etwa hier war das, wo ich das abgegeben habe, ist vom NPC her das gleiche von den Quests. Wir geben das einmal ab, bekommen relativ viel EP, ja, 18.000, ich glaube, das ist mehr, als man normal für eine Quest bekommt. Und haben hier zwei Quests. Und ich kann euch sagen, diese Quests würden sich auf jeden Fall rentieren. Wir haben zum einen, haben wir eine Quest, wo wir nur eine Geschichtsfrage beantworten müssen. Wir bekommen hier fast 80 Gold, gut, Gold ist jetzt egal, aber 37.000 EP und das ist schon gut mehr, als eine normale Quest bringt. Und hierfür müsst ihr einfach nur eine Quest beantworten. Welche Allianzstadt an der Dunkelkuste wurde zerstört? Todesschwinge, äh, das ist Aubertin, wurde zerstört. So, ich habe die richtige Antwort gegeben und zack, ich kann die Quest abgeben. Und das könnt ihr jeden Tag machen. Theoretisch, wenn ihr ein paar Chars levelt, stellt ihr den einfach hier ab und drückt das hier durch. Und vor allem im Low-Level ist es verdammt viele P, die ihr bekommt. Jetzt hier bei einem 111er Chars ist es auch nicht schlecht, aber mit einem Low-Level kriegst du teilweise 15% von dem Level oder so durch diese eine Quest. Also das ist schon viel und dafür musst du hier nur stehen und das dauert zwei Sekunden. Und wenn ihr euch nicht auskennt, dann müsst ihr halt ein paar Mal, also ihr könnt, die Frage switcht sich jedes Mal, wenn ihr ihn anklickt, also, ähm, ja, ein bisschen durchklicken, auch wenn man gar keine Ahnung hat, bei vielen möglichen Antworten auch ein blindes Huhn trifft mal, na, also, oder findet mal ein Korn, so ist das Sprichwort, egal. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht so schwierig. Und die andere Quest, die wir haben, die sogar noch mehr EP bringt, die bringt jetzt mir hier 75.000 EP. Dazu muss man drei Worldbosse besiegen und es sind quasi immer zwei Fixe. Einmal haben wir den Kazak, der befindet sich hier unten, ja. Dann haben wir, dass ich ihn jetzt falsch ausspricht, Azurigos, Azurigos. Den habe ich in Classic, habe ich mal eine schöne Bekanntschaft mit dem gemacht. Das sind auch diese Classic-Worldbosse. Der befindet sich hier, ich glaube, in Classic ist er irgendwie hier rumgelaufen, meine ich. Oder? Irgendwo hier. Also, das sah ja damals anders aus, aber irgendwo hier hat er mich mal umgeboxt in Classic. Das weiß ich noch. Ja, aber jetzt ist er irgendwo hier unterwegs. Also, den müsst ihr umboxen. Die beiden sind die Einfachen. Und dann ist es so, dass ihr einen von den vier, oder sind es vier? Nee, von den drei Bossen, quasi von den drei World, nee, es müssen doch vier sein, ne. Von den vier Worldbossen umbatschen müsst, die quasi an diesen Portalen dran stehen von den grünen Drachen. Und da ist jeden Tag auch immer ein anderer ab. Ja, also, ich weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann, welcher ab. Doch, man kann es sehen, wenn man Kassack gemacht hat und am nächsten quasi an dem anderen dran ist, dann sieht man es auf der Map, welcher ab ist. Beziehungsweise, ihr könnt auch einfach ins Tool gucken. Einer ist quasi hier auf der Insel, da ist ein Portal. Übrigens, über die Druid Class Hall könnt ihr auch hinkommen. Oder ich kann das ja euch auch gleich mal zeigen. Ich bin ja auch zufällig auf dem Druid. Und kann euch zeigen, wo diese wären. Ob ich empfehle, das zu machen täglich. Also, das kann man übrigens auch täglich machen. Und diese Worldbosse droppen auch Gier fürs Leveln jetzt so, ja, es sind keine schlechten Items auf jeden Fall. Aber vor allem für Max-Level-Chars sind die auch interessant. Die droppen, glaube ich, 3,50er Item-Level. Zumindest habe ich das mit einem Char gekriegt. Ich glaube, das war nicht hochgerollt. Berichtigt mich gerne, wenn ich falsche Informationen verbreite. Ich meine 3,50er Item-Level. Und das ist für einen frisch gebackenen Twink recht praktisch. Also, wir haben die Portale. Und zwar, einmal ist das hier das Farallers-Portal. Da kann es quasi sein, auf der Insel. Ich gehe jetzt mal nicht durch den Dings durch. Sonst habe ich immer 5 Jahre Ladebalken, ja. Also, einmal, also, ich kann es einmal demonstrieren. Also, Druids, falls ihr keinen habt, können ja hier durch die Class Hall quasi dort rauskommen, wo auch zu Classic schon die Portale standen. Und da waren ja zu Classic auch schon die Worldbosse davor gestanden. Und die gibt es jetzt quasi wieder, ja. Also, haben wir auf jeden Fall einen in Farallers, ja. Dann haben wir einen in Dämmerwald. Einen im Hinterland müsste sein. Und der letzte war, glaube ich, damals im Eschental. Wobei, den hatte ich bis jetzt noch nicht. Ah, schauen wir, da haben wir schon den ersten. Die Sondere. Hier ist quasi diese Woche ab. Und den einfach besiegen. Dann bekommt ihr quasi, ja, die Quest einmal, also den Fortschritt. Und, wenn ihr Glück habt, auch noch recht gutes Gear, ne. Und die anderen Portale, dass ich es jetzt nochmal einmal auf der Map zeigen kann. Dann im Dämmerwald hier mittendrin quasi. Da sieht man auch, ich habe einen Addon, das mir die, den Bossloot quasi dann auch nochmal anzeigt. Dann war im Hinterland hier oben noch einer. Ich bin jetzt gerade hier im Farallers auf der Insel. Ah, schau, jetzt wird die Quest hier auch angezeigt, weil es der nächste Boss ist. Und früher war immer noch hier oben einer. Ah, doch, da ist auch einer. Okay, es sind also wirklich alle vier dabei. Also das wären dann die Bosse. Warum werden denn jetzt hier noch mehr angezeigt? Meines Wissens nach waren es vier. Gut, genau. Das soweit. Und es bringt halt auch nochmal ein Stück mehr EP. Was ich euch empfehlen kann, wenn der ab ist, quasi der im Dämmerwald ist, dann lasst es am besten sein, weil das ist eine riesen Shitshow. Ja, hier im Dämmerwald, lasst es einfach sein, ja. Ich habe das mit mehreren Gruppen versucht. Dauert zu lang und für zu wenig, weil man den Boss fast nicht down kriegt. Aber sonst wird es sich lohnen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, daily diese Ratequests zu machen oder diese Wissensquests, je nachdem, ob ihr Kompetenzen habt oder nicht. Und die Worldbosse mitzunehmen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber ja, mit einem Non-Drewed Char habt ihr halt auch relativ lange Wege, die ihr da hin euch begeben müsst. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob es so effizient ist als Drewed. Es ist halt eine schicke Sache, weil ihr direkt mit den Portalen dort seid. Ja, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, dem einer oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Eins sollte ich vielleicht noch erwähnen. Mit 8.1 kommt ja der EP-Nerf für einige Levelbereiche. Das ist jetzt auch hier eine wunderbare Möglichkeit, Chars hochzuspielen. Mit 8.1 wird es wahrscheinlich im Low-Level-Bereich noch besser. Also ich würde euch empfehlen, jetzt vielleicht Chars hochzuspielen, die 110 aufwärts sind, weil die werden so gut wie gar nicht genervt, der Levelbereich. Und durch die Buffs kriegt ihr halt, wie gesagt, 24% mehr. Also da würde es sich am meisten lohnen. Natürlich könnt ihr jetzt auch einen Low-Level-Char hochziehen. Aber wenn ihr ganz effizient sein wollt, dann am besten jetzt die hochleveligen Chars und mit 8.1 dann die Low-Level-Chars. Gut, das war es von einer Seite aus. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.